Wir erleben es in Deutschland, dass Unternehmen die Entscheidung, wo sie ansiedeln, vor allem auch danach treffen, wo es dauerhaft sichere erneuerbare Energien gibt. Wir erleben es weltweit, dass in den USA Milliarden investiert werden mit dem Inflation Duction Act, also dafür, dass neue Technologien angesetzt werden. Das heißt, wir erleben einen globalen Wettbewerb um den ersten klimaneutralen Wirtschaftsstandort. Und wir sollten dafür sorgen, dass Deutschland und dass Europa bei diesem Wettbewerb, bei diesem Wettrennen nicht auf der Seitenlinie steht, sondern mit ins Ziel geht. Joe Biden, Präsident der USA, hat mal gesagt, when I hear climate, I hear jobs. Und ich glaube, genau das können wir auch sagen. Wenn ich Klimaschutz höre, höre ich sicheren Wohlstand, gute Jobs und saubere Infrastruktur.